Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar zu einer weiteren Top 5 Liste. Ja, wer meinen Beginn-Glock gesehen hat, der weiß ja Bescheid. Für alle anderen ist nochmal die Information hier am Rande, dass ich jetzt eine kleine Reihenreihe Dingsbums starten werde. Und zwar werde ich jetzt immer eine Top-Liste, eine Rezension, eine Top-Liste, eine Rezension, eine Top-Liste, eine Rezension machen. Wenn alles klappt, geht das die nächsten 6 Wochen so. Und ja, wer Vorschläge für neue Top-Listen hat, der schreibt mir das gerne in die Kommentare. In der heutigen Top-Liste geht es um die 5 Top-Bücher auf meinem Sub. Also die 5 Bücher, die ich von meinem Sub am allerliebsten lesen würde jetzt sofort, wenn ich mir davon welche aussuchen müsste. Und theoretisch ist das natürlich mindestens 5 von den Sebastian-Fitzek-Büchern, die ich habe. Aber da das Video dann natürlich ziemlich eintönig geworden wäre, habe ich mir überlegt, dass ich die Sebastian-Fitzek-Bücher außen vor lasse und mir dafür alle anderen Bücher, die ich so habe, kralle und euch wie immer ein wenig dazu erzähle. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Das erste Buch, das ich ausgesucht habe, ist Phobia von Wolf Dorn. Ich habe ja kalte Stille von ihm schon hier gehabt, das hatte mir meine Mutter irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt. Hatte ich aber irgendwie nie angefangen, weil, weiß ich nicht, ich konnte damit nicht so viel anfangen. Und dann habe ich irgendwann, ich glaube letztes Jahr, bei einem Weihnachtsgewinn-Spiel mitgemacht von der lieben Evie. Und die hat dann meinen Wunsch erfüllt und mir Phobia und Mutterliebst geschenkt, obwohl Mutterliebst ich vielleicht hier auch mit drauf haben hätte können. Auf jeden Fall Phobia von Wolf Dorn wollte ich sehr gerne haben. Es geht ja um Angstzustände und um Angst und um Angst und Angst. Und ein Filler, in dem es um Angst geht, speziell um Angst, Angst, Angst und Phobia, ist klar. Ja, das finde ich, wird bestimmt ziemlich, ziemlich cool. Und den will ich eigentlich schon die ganze Zeit lesen, aber irgendwie habe ich das noch nicht gemacht. Ich habe jetzt aber, ja, mein TBA-Glas hier, wo, glaube ich, Phobia auch drin ist, hoffentlich. Und dann werde ich das bestimmt demnächst bald lesen. Ich kann euch nochmal vorlesen, was hinten drauf steht. Und ja, Phobia. Angst hat ein Zuhause. Der Wagen ihres Mannes in der Auffahrt, sein Schlüssel in der Haustür, seine Schritte auf dem Flur. Für Sarah Bridgewater sind es vertraute Geräusche. Doch es ist mitten in der Nacht und der Mann auf dem Flur ist nicht Steven. Trotzdem behauptet der Fremde ihr Mann zu sein und er scheint alles über sie zu wissen. Sarah bleibt zunächst keine Wahl, als sich darauf einzulassen. Denn nebenan schläft ihr sechsjähriger Sohn. Ein perfiles Psychospiel mit menschlichen Urängsten und ein Wiedersehen mit Mark, noch so ein komischer Nachname, aus Trigger. Dawn konzentriert sich auf das Wesentliche, verwendet keine einfache Sprache und verzichtet auf billige Elemente, sagt die Süddeutsche. Ja, und vielleicht sollte ich aber, bevor ich das Buch lese, noch Trigger lesen, damit ich weiß, wer Mark B-E-H-R-E-N-D-T ist. Auf jeden Fall ist das eines der Bücher, die ich sehr gerne lesen würde. Als nächstes war Psychothriller und ihr wisst ja, das ist voll mein Ding. Werde ich bestimmt dieses Jahr im Winter slash Herbst machen. Dann das nächste Buch kennt ihr alle auch schon aus einem meiner ersten Videos. Ein Buch, das ich unbedingt gerne lesen würde, schon die ganze Zeit und ich bin immer noch nicht dazu gekommen. Und zwar ist es, wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie von Lauren Oliver. Aber wer mich schon von Anfang an verfolgt hat, der weiß, ich habe mich so sau über diese zwölf, zwölf, es sind zwölf Worte auf dem Cover aufgeregt. Und finde das Buch aber trotzdem cool. Die Idee finde ich cool. Und Lauren Oliver hat ja auch die Delirium-Reihe geschrieben. Ich kann euch nochmal schnell erzählen, worum es geht. Und zwar geht es um ein Mädchen, das eigentlich ein relativ perfektes Leben hat. Ich glaube, sie ist so ein bisschen eine modebewusste, ja, ich will jetzt nicht Tussi sagen, aber sie ist halt so ein bisschen, ne, eigentlich sehr beliebtes Mädchen. Und, ähm, ja, eines Tages fährt sie dann mal Auto, ähm, beziehungsweise ich glaube, sie fährt nicht Auto, aber sie fährt mit in einem Auto und der Fahrer ist betrunken. Einer ihrer Freunde und sie fahren gegen einen Baum. Natürlich sind sie alle tot und normalerweise müssten sie auch tot sein. Und, ähm, keine Ahnung, man hätte jetzt aus dem Buch, theoretisch aus dieser Geschichte auch was spannend spinnen können, wie zum Beispiel bei Blind Walk oder, ähm, ein Thriller oder so. Aber nein, es ist eine Art, ähm, täglich grüßt das Mummeltier-Buch geworden. Und zwar ist es so, sie stirbt nicht und kommt nicht in irgendeinen Himmel oder ist einfach weg und ist tot oder so, sondern sie fängt nochmal an, den Tag von vorne zu erleben. Und zwar immer wieder. Ähm, erst versteht sie das Ganze nicht und, ähm, dann ist es auch so, dass sie immer wieder stirbt. Also ich denke mal, ähm, sie wird nicht so blöd sein und nochmal genau das Gleiche machen. Das heißt, sie wird nicht mit dem Auto fahren, aber ich weiß, sie stirbt trotzdem, denn sie stirbt immer wieder. Und hier hinten steht zum Beispiel drauf, den Rest musst du selbst herausfinden. Das heißt, sie muss selbst herausfinden, wie sie aus dieser Schlaufe wieder rauskommt, ob sie aus dieser Schlaufe wieder rauskommt und wohin sie kommt, wenn sie aus dieser Schlaufe wieder rauskommt. Und ich finde die Idee sehr, 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 sehr interessant, muss ich sagen. Allein auch, weil ich wissen will, was danach passiert. Kommt sie dann in eine Art Himmel oder halt in gar nichts oder ist sie dann wieder lebendig und warum und wieso? Und dann finde ich das auch echt interessant, ähm, dass sie dann natürlich auch verschiedene Wege versucht. Sie ist manchmal, sie ist einen Tag, ist sie ganz doll böse und, ähm, macht alles, weil sie scheißt einfach auf alles und denkt sich, naja, die Anna Mala hat halt auch nicht funktioniert, ich mach's jetzt einfach mal ganz anders. Einen Tag ist sie komplett nett und freundlich zu jedem und, ähm, dann macht sie auch ganz verrückte Sachen und das finde ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich interessant. Das würde ich sehr, sehr gerne lesen. Ich weiß immer noch nicht, warum ich das noch nicht gemacht habe. Voll schlimm. Das nächste Buch ist, ähm, Rage Inside. Das ist der zweite Teil der irgendwas Inside, also der Vor-Inside-Reihe, könnte man sagen. Der erste Teil, Harst Dark Inside von, äh, Jane Roberts und, ähm, das ist ein Bücher, die ich, ähm, auf der, ähm, Entschuldigung. Ich habe hier schon meinen WV gedreht, da konnte ich schon nicht reden, jetzt kann ich auch nicht mehr reden. Also, nochmal. Das ist der zweite Teil einer Dilogie von Jane Roberts und den habe ich mir auf der LBM-LED dieses Jahr immer noch, ähm, gekauft. Und, äh, ich habe den ersten Teil gelesen irgendwann letztes Jahr und habe mich übel darüber aufgeregt, weil ich das Ende einfach viel zu offen fand, weil ich damals nicht wusste, dass es einen zweiten Teil gibt. Seitdem ich dann wusste, dass es einen zweiten Teil gibt, wollte ich diesen zweiten Teil haben. Ich habe den, glaube ich, auch vorgestellt gehabt. Ich habe ihn mir aber nie geholt, ich weiß nicht warum. Es gab ihn in unserer Buchhandlung immer nicht, ich wollte ihn immer nicht bestellen und dann habe ich ihn auf der LBM gesehen und mir gekauft. Aber ich habe ihn einfach noch nicht gelesen und ich weiß nicht warum. Ich weiß, dass mir der erste Teil unglaublich gut gefallen hat, weil abgesehen von dem offenen Ende, was aber an sich wieder gar nicht so schlimm gewesen wäre, theoretisch, ne? Wenn man bedenkt, dass es ja ein erster Teil ist und dass es ja der zweite Teil ist. Und hier geht es halt weiter und mir haben die Figuren auch alle super gut gefallen. Ich denke, das Einzige, was ein bisschen das Problem sein könnte, ist, dass das andere Buch schon ziemlich lange her ist. Dass ich zum Beispiel nicht mehr genau weiß, wer Ares war, wer Mason war, wer Michael war und wer Daniel war, weiß ich noch. Wer Ares war, weiß ich, glaube ich, auch noch. Nur bei Mason und Michael bin ich mir nicht so ganz sicher. Und ich überlege, ob ich vielleicht nochmal den ersten Teil lese. Vielleicht wird man hier auf jeden Fall auch nochmal irgendwie introduced oder mal sowas wie Das Gashar im letzten Buch oder so. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich interessant, die ganze Idee, die ganze Geschichte. Und ich möchte es eigentlich super gerne weiterlesen. Auf jeden Fall ist das auf meiner Liste und ich glaube auch in meinem TBR-Jar. Dann kommt als nächstes ein Buch, das ich mir vor allen Dingen wegen dem Cover gekauft habe. Und zwar ist das Nachtzirkus von Aaron Morgenstein. Ich mache das mal so, dass das nicht spiegelt. Wie ihr seht, hier auch Regenbogen-Dingsbums. So sieht es von Nahem aus. Da von dem Cover habe ich auch schon mal geschwärmt, glaube ich. Das könntet ihr kennen. Auch unter dem Schutzumschlag ist ein wenig was drauf. Ist jetzt nicht so wunderschön. Ich dachte, auf dem Schutzumschlag wäre was drauf. Mir war es, es war doch nichts drauf. Es ist ziemlich... Achso, das Buch ist falsch rum. Warum ist das Buch falsch rum? Ja, also es ist was drauf, aber man kann es vielleicht nicht so gut erkennen. Ich halte es mal irgendwie in die Sonne. Hier ist nochmal der Nachtzirkus drauf abgebildet ein wenig. Leider ohne Farben und nur reingestanzt, aber er ist trotzdem da. Und, äh... Hä? Das ist alles total falsch rum hier. Und, ja. Wie gesagt, ein fast komplett totaler Coverkauf, aber auch der Inhalt hat mich interessiert und ich finde es auch ziemlich schade, dass ich das Buch bis jetzt noch nicht gelesen habe. Ich werde euch mal vorlesen, worum es geht. Ein Zirkus, der nur bei Nacht geöffnet hat. Eine fantastische Welt in Schwarz und Weiß und eine Liebesgeschichte auf Leben und Tod. Mehr steht hier nicht drauf. Außer dann noch, ähm, ein paar Worte von Leuten, die ich nicht kenne. Zum Beispiel von Audrey... Niffen... Necker? Die hat gesagt, der Nachtzirkus hat mich glücklich gemacht. Ein wundervolles Buch. Die Publishers Weekly hat geschrieben, eine gigantische magische Geschichte, die dazu bestimmt ist, ein Bestseller zu werden. The Boston Globe hat gesagt, mit einem Wort eine Sensation. USA Today hat gesagt, eine Welt, die so fein und exquisit gestaltet ist und im Lesen den Wunsch weckt. Und im Lesen den Wunsch weckt, alles stehen und liegen zu lassen, um sich dem Zirkus anzuschließen. Newstay hat gesagt, Aaron Morgensterns Debüt ist auf stille, betörende Art und Weise perfekt. Das L-Magazin hat gesagt, Aaron Morgensterns Zirkus ist der Stoff, aus dem Träume gemacht sind und nichts weniger als eine Achterbahnfahrt. Und die Autorin von Die Tigerfrau hat gesagt, ein fessender Roman. Der Nachtzirkus entführt uns in eine schillernde Welt, bis ins Kleinste ausgearbeitet und doch flirrend wie ein Traum. Hört sich wunderschön an und was ich noch ein bisschen aus meinem Gedächtnis sagen kann, ist, dass der Zirkus immer einfach auftaucht. Kurz zu einem Tag bevor der Zirkus auftaucht, sind überall in der Stadt Plakate verteilt, so damit jeder weiß, dass der Zirkus auftaucht. Der Zirkus bleibt aber auch nur einen einzigen Tag in dieser Stadt und er hat auch nur nachts geöffnet und danach verschwindet er wieder. Und ich fand die Idee irgendwie einfach sehr schön. Ich finde das Cover auch sehr schön und deswegen habe ich mir den Romanen gekauft. Ich habe auch eine gute Rezension dazu gehört, glaube ich, und ich weiß nicht, warum ich das Buch noch nicht angefangen habe. Das ist auf jeden Fall eins der Bücher, die ich auf jeden Fall demnächst dann lesen werde, bestimmt. Oder auf jeden Fall eins von den Büchern, die ich am liebsten lesen würde von meinem ganzen Stapel. Und das letzte Buch ist Die Worte der Weißen Königin von Antonia Michaelis. Ich habe ja den Märchenerzähler gelesen und fand es total, total toll. Dann habe ich irgendwann mal in der Buchhandlung Nashville gesehen, da stand Thriller drauf und Antonia Michaelis. Und ich dachte mir so, yeah, da habe ich die ersten 100 Seiten gelesen und habe dann irgendwann nicht weitergelesen irgendwie. Ich denke, das werde ich nochmal anfangen, aber auf jeden Fall, Die Worte der Weißen Königin ist ein anderes Buch von Antonia Michaelis, das mich auch sehr interessiert. Ich werde euch auch hier nochmal den Inhalt erzählen. Und zwar, niemand beneidet Laien mehr als die Seeadler, wenn er sie beobachtet, wie sie hoch im Himmel kreisen, so frei und glücklich. Bei ihm zu Hause, in dem verfallenen Dorf an der Ostsee, gibt es nicht viel, auf das man neidisch sein könnte. Und eines Tages, als sein Vater längst mehr als nur einen Schritt zu weit gegangen ist, flüchtet Laien in den Wald zu den Adlern. Doch das Leben dort ist hart und einsam. Und schließlich fasst Laien einen Entschluss. Er macht sich auf in Richtung Berlin, getrieben von der Sehnsucht nach der Weißen Königin, der alten Frau, die ihm einst so wunderbar vorgelesen hat. Durch sie hat er den Zauber der Worte, ihre Wärme und ihre Kraft entdeckt. Eine hochsprachige, äh, eine sprachig brillante Hommage an die Macht der Worte und der Fantasie. Hat sich wunderwunderschön an, ist von einem meiner Lieblingsautoren, Antonia Michaelis. Und, ähm, zudem sieht es auch noch recht schön aus. Ich glaube, das wird sogar unter dem Cover gestaltet. Dieses Mal hatte ich sogar recht. Das ist ja bei Antonia Michaelis Covern immer so. Auf dem Schutz im Schlag ist noch ein Mensch da, unter dem Schutz im Schlag ist kein Mensch da. Finde ich wunderschön, finde ich ganz toll. Und ist dann Buch Nummer 5 auf der Liste. Ja, und das ist dann eigentlich auch schon das ganze Video. Ich danke euch fürs Zusehen. Äh, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche von den Büchern ihr am liebsten jetzt sofort lesen würdet. Oder welches ihr mir von den 5 am meisten empfehlen könntet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich nochmal auf der Endcard. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Unter mir findet ihr meine letzten meinen Videos. Das ist einmal mein letzter Weekend-Vlog, über den ich auch nochmal ein wenig über meine neue Videoplanung, ein paar Rezensionsexemplare und meine Leidenschaft gegenüber Reisgerichten spreche. Und mein anderes Video ist meine andere Top 5 Liste zu den Top 5 Büchern, die gefühlt jeder auf der ganzen Welt gelesen hat. Nur ich noch nicht. Und das ist ganz schön schlecht, dass ich das noch nicht gemacht habe. Genau. Einfach eins von den beiden Videos anklicken. Macht bestimmt viel Spaß. Und unten in der Infobeschreibung findet ihr alle wichtigen Social-Media-Links von mir. Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads und der Link zu meinem Blog, wenn ich dran denke. Und so, dann verlinke ich euch unten auch noch alle Bücher, die ich hier eben vorgestellt habe. Und ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir fleißig Kommentare. Ich lese sie immer sehr gern. Und dann hoffe ich, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.